So, damit Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid, Modul der Wirtschaftsmathematik. Heute geht es um die Multiplikation von Matrizen. Ich habe zwei Beispiele soweit vorbereitet. Es geht heute weniger um Regeln und Gesetze. Klar, wir sind hier auch irgendwo mit drin. Die werden wir aber im nächsten Video dann noch einmal besprechen. Heute geht es einfach um das Prinzip, wie ich zwei Matrizen miteinander multipliziere. Wir haben uns ja schon die Multiplikation angesehen, allerdings nur mit einem einzelnen Faktor bzw. mit einem Skalar. Wir haben uns das auch bei Vektoren angesehen. Schaut euch die Inhalte dazu gerne auf unserem Channel in der Playlist der Wirtschaftsmathematik an. So wie auf unserer Webseite, denn dort findet ihr zusätzliche Modulen, sämtliche Fragen, Kataloge und neuerdings auch die Endfolien zu den Videos. Also guckt dort gerne mal vorbei. Ansonsten packe ich euch den Rest wie immer unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein. Und für Fragen, Kritiken, Anregungen etc. immer gerne die Kommentare nutzen. So, wir haben hier zwei Beispiele. Einmal mit gegeben und gesucht. Gegeben sind jeweils immer zwei Matrizen und gesucht ist dann hier das Produkt aus A mal B oder eben C mal D. Ich will jetzt hier gar nicht die Begriffe Blockmatrix und 2x3, 3x2 Matrix hier einbringen. Merkt euch einfach, wir haben hier bei dem ersten Beispiel eine Matrix A mit zwei Zeilen und drei Spalten. Diese multiplizieren wir mit einer Matrix B mit zwei Spalten und drei Zeilen. Jetzt könnte man denken, ja, jetzt müssten ja am Ende vielleicht irgendwie zwei Zeilen, drei Spalten oder drei Zeilen, zwei Spalten rauskommen, wie auch immer. Das ist nicht der Fall. Wir werden gleich sehen, wir haben dann eine Matrix mit zwei Zeilen, zwei Spalten, die hier rauskommt. Und hier unten ist das auch der Fall, obwohl wir hier zwei Zeilen, zwei Spalten mal zwei Zeilen mal zwei Spalten haben. Das ist ganz interessant, deshalb möchte ich das auch mit euch heute besprechen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Beispiel. Wie gehen wir vor? Wir schreiben erstmal hier ganz klassisch nochmal hin. A mal B, was wollen wir machen? Wir wollen A mit B multiplizieren und dann schreiben wir hier nochmal unsere beiden Matrizen hin. Und zwar die Matrix A mit den Einträgen 3, 2, 1, 1, 0, 2 und diese wollen wir multiplizieren mit der Matrix mit folgenden Einträgen 1, 0, 4, 2, 1, 0. So, das erstmal so zur Vorbereitung und jetzt packe ich euch direkt die Berechnung auch in die Matrix schon hinein, den könnt ihr jetzt am besten noch nachvollziehen. Und dann machen wir folgendes. Ich markiere das einmal farblich hier mit Rot. Wir nehmen jetzt hier die erste Zeile der Matrix A und multiplizieren diese stückweise mit der ersten Spalte von der Matrix B. Okay, das würde dann wie folgt aussehen und zwar hätten wir hier, ich mache das Paket hier mal auf, so 3 mal 1 plus 2 mal 0 plus 1 mal 4. So, und dann hätten wir den ersten Eintrag soweit berechnet. Das Ergebnis schreiben wir hier gleich hinten dann nochmal hin. So, und jetzt nehme ich wieder die erste Zeile und multipliziere diese mit der zweiten Spalte und habe dann den zweiten Eintrag der ersten Zeile raus. Also, das wäre dann eben 3 mal 2 plus 2 mal 1 plus 1 mal 0. So, und dann sind wir hier schon mit der ersten Zeile fertig. Und dann nehmen wir uns die zweite Zeile der Matrix A und legen diese dann auf die erste Spalte der Matrix B. Also hätten wir dann einmal 1 plus 0 mal 0 plus 2 mal 4. Ja, und jetzt zweite Zeile auf die zweite Spalte legen und dann hätten wir einmal 2 plus 0 mal 1 plus 2 mal 0. So, und das war schon alles. Ja, die Schwierigkeit in der Matrizenmultiplikation ist vor allem, dass man sich irgendwo in der Zeile verrutscht, in der Spalte verrutscht, im Eintrag verrutscht, wie auch immer, dass man sich verrechnet oder eine falsche Zahl hinschreibt. Hier müsst ihr sehr sauber arbeiten. Ich habe jetzt hier relativ kleine Matrizen rausgesucht, aber es gibt Matrizen, wo ihr 4 Spalten und 4 Zeilen habt. Und diese multipliziert ihr dann auch wieder mit 4 Spalten und 4 Zeilen. Und dann wird das Ganze etwas unübersichtlich. Deshalb solltet ihr sauber arbeiten, Stück für Stück. Und wenn es ein bisschen dauert, ja, mein Gott, dann dauert es halt ein bisschen. Aber das sind sichere Punkte, die ihr euch in der Klausur, in der Prüfung holen könnt. So, das können wir im Kopf rechnen. Das sind hier 3. Wir bleiben bei 3 und dann einmal plus 4 sind wir hier bei 7. Für den ersten Eintrag in der ersten Zeile. Dann hätten wir hier einmal 6, 2, 8. Ja, 8. So, dann direkt weiter. Zweite Zeile jetzt. Wir hätten dann hier einmal, ja, 1, 0, 8 sind dann 9. Und hier dann 2, 0, 0, 0, 2. So, doppelt unterstreichen. Das wäre jetzt das Endprodukt aus der Multiplikation dieser beiden Matrizen. Und man sieht, das, was ich zu Anfang gesagt habe. Es ist interessant zu sehen, dass wir aus zwei Matrizen, die auch unterschiedlich sind, ein ganz anderes Ergebnis quasi rausbekommen. Also eine andere Zeilen- und Spaltenform. Wir haben nämlich zwei Zeilen und zwei Spalten hier. Punkt. So, zweites Beispiel, um unser Prinzip einmal zu festigen. Wir hätten hier C und D. Also schreiben wir erstmal hin. Wir wollen C mit D multiplizieren. Verwechselt bitte dieses x hier nicht. Dieses kleine x mit einem Kreuzprodukt. Das soll es nicht sein. So, bei Vektoren, glaube ich, schreiben wir für das Kreuzprodukt hier so ein x. Aber wir sind jetzt ja hier nicht mehr bei Vektoren. So, dann schreiben wir erstmal hin. Wir haben hier einmal 1, 1, 0, 1 multipliziert mit der Matrix 2, 1, 1, 1. Also, beide Matrizen haben die gleiche Anzahl an Zeilen und Spalten. Jetzt gucken wir mal, was da denn bei rauskommt. So, ich schreibe wieder die komplette Berechnung hin. Wir hätten also erste Zeile. Ich markiere das mal wieder rot. So, erste Zeile. Multipliziert, beziehungsweise legen wir drauf auf die erste Spalte von D. So, gleiches Prinzip, gleiche Vorgehensweise hätten wir hier. Einmal 2 plus einmal 1. So, und dann hätten wir erste Zeile. Mal zweite Spalte. Ich muss kurz gucken. Ich habe auf meinem Zettel eine ganz andere Matrix noch aufgeschrieben. Weiß ich jetzt auch nicht warum, aber egal. So, einmal 1 plus einmal 1. So, dann nehmen wir die zweite Zeile von C, legen diese auf die erste Spalte von D. Da hätten wir 0 mal 2 plus einmal 1. Und dann zweite Zeile auf zweite Spalte. Dann hätten wir hier, dann hätten wir hier 0 mal 1 plus 1 mal 1. So, und dann sehen wir, wir haben hier auch eine Matrix mit zwei Zeilen, zwei Spalten raus. Obwohl wir hier die Matrizen, die wir multiplizieren, anders aussehen als in Beispiel 1. So, da hätten wir hier einmal 2, 3. Hier hätten wir dann 2, hier dann 1 und hier auch 1. Ja, und das war es soweit. Doppelter streichen und dann haben wir auch das zweite Beispiel soweit abgeschlossen. Ich hoffe, euch ist das Prinzip klar geworden bei der Multiplikation, dass wir die erste Zeile unserer ersten Matrix nehmen, legen wir auf die erste Spalte und der zweiten Matrix. Und dann gehen wir stückweise durch mit unserer ersten Zeile, nehmen dann irgendwann die zweite Zeile und legen die wieder auf dieselben Spalten drauf. Und so kommen wir dann zu unserem Endprodukt. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.